Musik Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe Milliarden zu Gast in meinem Wohnzimmer. Musik Zwei Milliarden! Schönen guten Tag, hallo! Applaus Ich habe das übrigens nochmal recherchiert. In der Tat, vor fünf Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen. So lange ist es her. Es fühlt sich an wie gestern. Blankenfelder waren nie woanders. Ich weiß es noch ganz gut. Ich glaube, nach diesem Auftritt, wir wollen ja dann eigentlich immer schnell in die Stadt, um auszuladen. Und haben uns aber hier festgesoffen. Und dann war das Problem, dass wir nicht mehr klären konnten, wer diesen Bus zurückfährt. Oh. Habt ihr das heute wenigstens schon geklärt, wer denn fährt? Ich glaube, Lisa, oder? Ja, Lisa fährt. Ja, Tourmanagement fährt den. Damit habt ihr mir auch erzählt, ihr seid im Interview und der Rest leider nicht, weil der muss ja aufbauen. Ihr habt aber auch gesagt, ihr baut dann immer ab. Ich habe es nicht kontrolliert, ob das der Wahrheit entsprochen hat. Aber offensichtlich, manche Dinge ändern sich nicht. Ihr seid wieder zu zweit. Wie viele seid ihr heute, wenn ihr auf der Bühne steckt? Wieder fünf. Und insgesamt sind wir wieder, glaube ich, neun oder elf oder so. Wie viele sind wir eigentlich, wenn wir unterwegs sind? Wir sind eine große Reisegruppe. Also, da fährt ja genau noch die ganze Technik mit Licht, Ton, Backline, Tourmanagement. Und, ja, ich glaube, da sind wir neun. Ab und zu springt dann noch Olli vom Management so mit drauf. Dann sind wir zehn. Also, genau, wir sind eigentlich eine große Reisegruppe. Und auf der Bühne stehen dann nur fünf davon. Also, es ist aber nur, ja, genau. Und neue Gesichter sind zu bewundern, genau. Unser, das hat sich geändert, ne? 2017 war Florian noch dabei, der Gitarrist, der ist jetzt ausgestiegen. Der ist jetzt zu alt. Hat der jetzt nicht gekauft. Habt ihr das gesagt oder eher? Nee, Florian hat selber entschieden. Der ist seit, ich glaube, der steht wirklich seitdem er sieben ist auf der Bühne. Und der ist jetzt... Der ist durch. Der meinte einfach, ey, irgendwie 25 Jahre Bühnenerfahrung war jetzt genug. Ich hab jetzt ein Kind gekriegt. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. So. Ich hab in Vorbereitung für das Interview natürlich wieder mich im Internet, was so geschrieben wird über euch, ein bisschen schlau gemacht. Und da ist mir auch wirklich zufällig relativ als erstes eine Headline in die Augen geschossen. Da dachte ich, was? Da stand, unbeugsame Milliarden. Tour trotz Corona. Und da dachte meine erste Reaktion so, was? Kann ich doch nicht machen. Und dann hab ich's gelesen, musste schmunzeln über mich selbst, weil offensichtlich der Mensch dazu neigt, sehr vorschnell Urteile zu fällen. Nein, das ist doch noch nie passiert, vor allem nicht in Deutschland, oder? Wir haben überhaupt keine Cancel-Kultur. Aber erzählt mal, womit habt ihr euch denn die Zeit vertrieben? Womit habt ihr euch denn die Zeit vertrieben? Du meinst während Corona? Oder wie wir auf Tour waren? Ja, die Geschichte mit Tour trotz Corona. Ja, na, wir haben uns quasi, wir haben ja auch ein Album rausgebracht während Corona und wir haben uns überlegt, also wir hatten dann irgendwie so rege Gedanken, dass wir uns über die Position von Künstlern innerhalb von einer Gesellschaft Gedanken gemacht haben und über unsere doch relativ privilegierte Position und was darin unsere Aufgabe ist. Und daran haben wir uns auch entschieden, dieses Album zu veröffentlichen. Auch dadurch, dass, also wir konnten es ja nicht touren und wir verdienen ja nur Geld, wenn wir eigentlich unterwegs sind und live spielen und Leute zu unseren Konzerten kommen. Das ist, wie wir oder als Gruppe auch unsere Miete bezahlen und Essen auf den Tisch kriegen. Und das konnten wir nicht machen und dann haben uns alle abgeraten, bringt das Album nicht raus, macht es nicht so, denkt darüber nach, dann müsst ihr wieder Neues schreiben, um wieder Geld zu verdienen. Haben wir da ein bisschen drüber nachgedacht und dann uns dafür entschieden, dass wir es gerade deswegen rausbringen, weil genau in diesem Isolationsmoment der Dialog abriss, also der Dialog zwischen Künstlern, also sowieso unser innergesellschaftlicher Dialog ja total abriss, weil alle zu Hause isoliert waren und weg waren, da war die einzige Möglichkeit eigentlich in die Kultur reinzulauschen und sich auf Spotify oder anderen Formaten und Medien einfach die Künstler anzuhören. Da dachten wir, es ist eigentlich genau richtig, den Dialog offen zu halten und den Leuten jetzt mitzuteilen, was wir da zu sagen hatten an dem Moment. Und ich finde auch, dass es ein super Album geworden ist, um ehrlich zu sein. Und es passte auch, finde ich, genau da rein in diese Lücke. Ich bin super stolz, weil wir beide sind super stolz. Und dann haben wir so gedacht, na gut, jetzt haben wir das rausgebracht und sind auch nebenbei noch auf Chartplatz 7 eingestiegen in den Albumcharts. Gratulation! Das erwähne ich nur, weil das total besonders ist, weil wir, das ist das erste Album, was wir auf unserem eigenen Label gemacht haben, also nicht auf einem Major-Label. Also, das bedeutet Major-Label-Arbeiten sowieso geschissener als so kleine Indie-Labels. Das haben wir daraus gelernt. Und dann haben wir uns überlegt, wie tun wir denn jetzt? Und diese Corona-Situation hat uns in diese Gedankenschleife reinbefördert, was ist denn eigentlich das Sinnbild dafür, dass wir jetzt quasi uns alle voneinander isolieren. Und irgendwie, ich weiß nicht, wodurch beschlich uns irgendwann dieses Bild, es gibt doch im Gefängnis, wenn man jemanden besucht, ich habe schon mal jemanden im Gefängnis besucht, da gibt es diese Scheibe dazwischen. Die wir ja jetzt alle nur zu gut kennen, diese Scheibe. Genau, diese Scheibe kennen wir ja sehr gut. Dann war der erste Gedanke, dass wir Gefängnisse anschreiben, um zu gucken, ob wir 1-zu-1-Konzerte hinter diesen Scheiben spielen können, telefonoffen und quasi diesen Kontakt zu einer Person haben können. Und die haben uns natürlich relativ schnell gesagt, verpisst euch, was wollt ihr hier? Ihr überlebt hier keine fünf Minuten. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, oder sagen wir mal so, ein Kumpel von uns, Chrissy, lieber Chrissy, falls du uns gerade hörst, wir küssen dich auf deine Stirn, denn der leiht uns einfach, seitdem es uns gibt, immer zu einem super Preis seine Vans aus. So diese Promride-Dinger, die ihr immer rumfahren seht. Und Chrissy hat uns einfach für drei Monate sein Auto ausgeliehen, also eins seiner Autos. Und das haben wir zu einem kleinen Club umgebaut, um genau diese 1-zu-1-Situationen, also wir haben quasi da rein einen Club gebaut, mit einer Plexiglasscheibe, einer Bühne und einem Zuschauerraum. Und jeder Menge Rosen und Rot im Licht. Wobei, das Licht konnten wir auch selber steuern, welche Farbe das hat und so. Und dann kam aber immer nur einer rein, weil war ja Corona. Ja, wir sind dann bei minus 20 Grad, sind wir losgefahren und haben zwei Wochen lang Konzerte in der ganzen Republik gespielt, immer für eine Person. Also in den Städten hatten wir dann quasi, hat uns unsere liebe Lisa, steht die ja auch irgendwo? Ja, da ist sie noch. Lisa hat das alles so ein bisschen koordiniert und hat die Leute, die quasi zu diesen Konzerten kommen wollten. Aber wie habt ihr die, also habt ihr da Gewinnspiele gemacht? Über das Internet. Verlost? Wie haben wir das gemacht, Lisi? Über das Internet einfach. Instagram nennt sich die Plattform. Instagram. Also sozusagen, da schreibt man dann rein, ey, wir hatten Lust auf ein Konzert und dann können Leute drunter schreiben. und dann wurden die ausgelost und die konnten dann, pro Stadt haben wir glaube ich, weiß ich nicht, zwei, drei, ne, ne, ne. Fünf, sechs. Das waren schon, also wir sind, also in Berlin haben wir richtig viele Leute gespielt, in Köln haben wir richtig viele Leute. Wir standen dann einfach so einen Tag an irgendeiner Ecke und das war wie so eine Art, ja, es wirkte auch wie so ein kleines rollendes Bordell. Da war es immer so, rotes Licht innen drin, wir hatten auch noch, ja, da liegt jemand, ja, du warst drin, ja, ja. Wir hatten auch eine kleine Nebelmaschine zu Anfang noch, so, das haben wir dann irgendwann weggelassen, weil unsere Lunge zerstört hat und immer, wenn das Auto aufging, kam da so Rauch und rotes Licht raus und die Polizei wurde aufmerksam, das Ordnungsamt wurde mal weggeschickt und so haben wir dann diese, diese Platte bespielt, also immer quasi eins zu eins Konzert und die ging so eine halbe Stunde, 20 Minuten bis halbe Stunde. Ich habe mich gefragt, weil da dreht sich ja die Aufmerksamkeit so ein bisschen um, normalerweise steht die große Crowd vor der Bühne und alle starren so in die eine Richtung und in dem Moment ist ja das Verhältnis irgendwie andersrum, da sind so zwei, drei, vier Musiker die spielen und dann sitzt da nur einer und dann sind irgendwie ja auch alle Augen auf den gerichtet. Wie war denn da das Feedback von den Leuten, die das mitmachen durften? Musst du sagen, hier, ich gebe dir mal das Mikrofon. Nee, 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 Beschallung, oh, es geht nicht. Achso, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie es für die Leute war, ich kann es dir nur aus unserer, oder willst du es beschreiben? Andreas war auch da. Wer war denn alles von euch in diesem kleinen Bus? Zwei? Okay. Ach doch, eine ganze Menge. Das hat ja Bellen geschlagen. Es war geil, es war eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Das war eine ziemlich schräge Idee. Also ich glaube, einer Person gegenüber zu sitzen und nicht diese Masse von Menschen vor sich zu haben, die auch eine Eigendynamik entwickelt und ja, eine Energie und eine Kraft, war sehr persönlich und dadurch sehr, sehr schön, weil man sich auch sehr viel Zeit genommen hat, erst mal mit den Personen zu sprechen, die einem da gegenüber sitzen, auch deren Geschichte zu hören, sonst erzählt man ja immer nur seine Geschichte oder wie es einem selber geht und man kriegt nicht so viel mit. Und dadurch war es ein sehr intimes, ein sehr intimer Dreier. So würde ich das beschreiben, ja. Das war ja auf jeden Fall, hat es ja offensichtlich auch so gut funktioniert, dass ihr die Idee sozusagen gefranchised habt und auch anderen Bands dazu verholfen habt, kleine Konzerte mit Einzelbesetzungen zu machen. Korrekt, korrekt. Unter anderem Mia. Zum Beispiel zwei davon, die hier sind, oder hier waren, Mia, und auch hier sind, Miene. Mia, die waren gestern hier, ne? Ja, korrekt, genau. Sind die auf euch zugekommen und haben gedacht, boah, super Idee, ich will das auch mal mitmachen oder habt ihr gesucht, wer da noch mitmachen möchte? Ich glaube, wir haben das, also sagen wir mal so, ich glaube, nicht viele Leute haben sich dafür interessiert, bis auf einmal, also außer natürlich unsere Leute, die zu den Konzerten kommen wollten, aber medial hat das auf einmal eine Welle geschlagen, dass Jimmy Fallon und wie heißt der andere Typ? Corden? Aus Amerika. James Corden. Die Leute, die da diese Late-Night-Shows haben, haben uns auf einmal in ihrer Late-Night-Show verarscht, weil die Amerikaner nicht verstanden haben. Gelobt, bestimmt nicht verarscht. Naja, das ist ja so, also da wird ja gelacht, aber das war ein lustiger kultureller Unterschied, weil die überhaupt nicht verstanden haben, wie man halt als Europäer für eine Person ein Konzert spielen kann, weil es überhaupt nicht rentabel ist. Also die haben sich darüber lustig gemacht, das fanden wir natürlich auch lustig und auf einmal gab es eine riesige mediale Welle. Also wir haben dann halt irgendwie Interviews im schottischen Fernsehen gehabt, Interviews in Frankreich gemacht, nach, ich glaube, Vietnam, Australien. Es gab so Interviewwellen auf einmal, also da stand ich dann immer irgendwo in meinem Bad oder in meinem Zimmerchen und habe da so mit Leuten rund um die Welt, wie sagt man, gezoomt oder sowas ähnliches. Also wir haben uns auf dem Bildschirm gesehen und ich war dann, oder wir waren dann live in den Sendungen halt drin, in irgendwelchen Morningshows in Skutland oder so. Wahnsinn. Ja, total. Und das war irgendwie interessant, aber auch irgendwie völlig Wumpe. Also um ganz ehrlich zu sein, das Tolle an diesem Bus war, zu merken, dass dieses Ritual, also die Leute, die kommen, dass das Ritual so intensiv ist und der Gesellschaft, glaube ich, so wahnsinnig fehlt, wenn es nicht da ist, da hat man so doll gemerkt, warum man diesen Sport macht. Warum man das braucht. Also weil wir machen ja eigentlich in der Sport, wir machen das eigentlich Autobahn, also Autofahren. Wir sind ziemlich professionelle Autofahrer. So wir fahren relativ viel Autobahn, um dann ganz wenig Konzert zu spielen. Und schlafen wenig, um das zu machen und so. Wir haben gestern Abend 1.30 Uhr auf dem Deichbrand gespielt, waren dann 4.30 Uhr am Hotel. Um 5 im Bett und um 7.20 Uhr hat irgendjemand angefangen zu bohren im Hotel. Und so ungefähr haben wir uns dann so gegen 11.30 Uhr wieder getroffen um hierher zu fahren. Also so muss man sich das ganze Tourleben vorstellen. Und das ist immer wieder natürlich dieses Ritual wert. Sie macht jetzt nicht gerade so, ihr ruht nicht gerade so die Werbetrommel für eure Branche. Nein, nein, das sieht immer so, das Ritual ist es halt wert. Und vor allem, wenn du einer Person gegenüber sitzt, wo du dann so intensiv merkst, wie das wirkt, was du tust, das ist ja auch für uns unangenehm, wenn eine Person da sitzt, weil du bist wie, als wenn ich dir jetzt ein Lied vorspiele. Ich wäre ziemlich peinlich berührt. Ja, ich auch. Ich habe auch drüber nachgedacht, wenn meine Lieblingsband mir ein Ständchen singt, ich würde, glaube ich... Ja, total peinlich. Und das ist ja auch erst mal zwei, drei Songs total peinlich. Bis man dann eben feststellt, wo die Charme sitzt zwischeneinander. Und dann kann man anfangen zu reden. Dann erzählen wir voneinander. Und dann haben wir auch immer gefragt, wie ist es denn, welchen Song willst du denn hören? Dann haben die immer irgendwas gesagt, dann haben wir es gespielt. Und warum willst du denn, ah, das ist die Erfahrung, ah, lustig, wir haben den Song so und so geschrieben. Ach gut, also auch ein Mehrwert für euch. Total. Haben wir alles gleich verwertet. Jetzt habt ihr dafür ja diesen Tourbus ganz liebevoll auch ausgebaut. Da steckt ja auch viel Arbeit drin. Nun geht es wieder los mit den großen Publikumsrunden vor der Bühne. Wollt ihr das trotzdem noch beibehalten oder habt ihr den schon wieder komplett zurückgebaut? Den haben wir wieder komplett zurückgebaut. Den Chrissi musste ja auch weitervermieten. Und ich habe jetzt auch nicht, also, nee, unbedingt gar nicht. Gar nicht. Nee, das ist ja eine, das entsprang ja der Notsituation. Und das meinte ich vorhin, ich glaube, wir müssen als sogenannte Kreative in so einer Gesellschaft eben auf Notsituationen reagieren können. So, und damit umgehen können. Und ich, also, ich habe jetzt keinen Bock, das als Format so weiterzufahren. So, ich habe Lust auf so einer Bühne zu spielen. Eben, ihr habt Bock auf die Bühne. neun. Und laut und so. das ist schon, dafür macht man das schon. Dann, sage ich an dieser Stelle, ich würde gerne noch ganz lange mit euch weiterquatschen, aber gleich geht da drüben auch wieder der Krach los. Und ich weiß, ihr seid auch müde. Wir wollten ja eigentlich nur fünf Minuten machen. Aber wir sind knapp drüber, glaube ich. Das geht eigentlich. Also, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir müssen erst um neun oder so spielen, ne? Ja, dann. Machen wir die Lücke. Hast du noch eine Frage? Ich gucke mal, was auf meiner Karte noch so drauf ist. Haben wir abgehakt, haben wir abgehakt, haben wir abgehakt. Eigentlich live in irgendeinem Fernsehen? Eins wollte ich noch. Sind wir live irgendwo in irgendeinem Fernsehen? Weil ich sehe da so ein Bildschirm. Ja, bei Alex Berlin. Ach so. Grüß dich, Oma. Ich glaube, ich glaube, du guckst schon gerade zu. Das ist eine Plattform, die das Internet so hergibt. Okay. Also, weltweit. Bei eurem neuen Album, was ihr gemacht habt, da habe ich gelesen, das habt ihr quasi so Dezember 19 ungefähr angefangen und dann war es eigentlich, als der Lockdown kam, quasi im Sack. Ja. Und der hat es trotzdem noch mal komplett zerrissen. und auseinandergepflückt und Sachen auch weggeworfen, die ihr eigentlich vorher ganz gut fandet und danach, nee, kommt dann gar nicht drauf oder nochmal anders und so. Weil ihr so viel Zeit hattet während Corona, weil ja nichts zu tun war? Oder seid ihr oft so kritisch, dass ihr Sachen nochmal komplett zerreißt? Das war eine andere Machart von dem Album. Also zu diesem Album, wir haben uns quasi vor diesem Album von unserem Label getrennt, von unserem Management getrennt, haben unser eigenes Label gemacht und sind es jetzt sehr selbst verwaltet und haben, und ich glaube, dieser ganze, dieser Autonomisierungsprozess, diese ganzen Strukturen zu durchleuchten, in denen man in diesem Business auch stattfindet, das hat auch sehr viel in dieses Album reingefärbt. Also wir haben da sehr, also wie wir vorher Musik hergestellt haben, war, dass wir sowieso geschrieben haben, das entweder am Klavier oder an der Gitarre und dann singen wir dazu und dann kommen Wörter dazu und Welten dazu und dann übertragen wir das in so eine Band. Und vorher haben wir das viel in Studios gemacht, dass wir das in so eine Band übertragen haben und bei diesem Album haben wir gesagt, nee, die Lieder, die wir haben, wir machen ja ganz viele Lieder für so ein Album, da schmeißen wir zweimal so viele Lieder noch weg, also da gibt es noch viel mehr, die da als auf diesem Album drauf sind. Aber fliegen die komplett so richtig in die Mülltonne oder habt ihr da so eine, ich sag mal, Reste-Schublade, wo man Sachen sammelt, die man vielleicht später nochmal nie wieder? Die Reste-Schublade wird nie wieder angerührt, ja. Genau, also eigentlich ist es so, wenn du einmal drüber gefahren bist, ist es platt. So, und dann haben wir einfach uns zweieinhalb Monate im Proberaum mit unserer Band eingesperrt und das so erstmal geklungen, um zu gucken, wo die Kraft ist und dann hatte unser einer Produzent Burnout und der erste Lockdown kam und wir saßen da und fanden alles scheiße und haben dann erstmal alles, wo wir dachten, dass es Hits sind, weggeschmissen und haben alles angefasst, wo wir dachten, dass es keine Hits sind, weil wir das besser fangen. Und einen Hit draus gemacht. Oder was heißt, naja, auch einfach nicht mehr danach gesucht, nach was anderem gesucht, nach einer anderen Zusammenstellung gesucht. Und haben dann noch mit unserem anderen, also mit einem anderen Produzenten, sind wir da nochmal drüber gegangen, haben ja, nochmal diese Songs irgendwie infrage gestellt und der Philipp, der Philipp Tim von Apparat, der kommt aus einer ganz anderen Musikrichtung, mehr aus einer, also der spielt, der ist klassischer Cellist und macht elektronische Musik und der hat die Mucke auch ganz schön zerrissen, nochmal uns so hinterfragt und zwar total gut für die Musik. So, wir beiden, ich weiß nicht, Pop, Rock, Klatschis, haben da so, haben ja eine ganz tolle Sehnsucht und Hingabe auch zu einfach so handgemachten, ich benutze mal das Wort, dreckiger Musik. und da konnten wir von jemandem was darüber lernen, der eigentlich total klassisch denkt. Und so ist das Album, so haben wir gemerkt, ah ja, okay, nee, das kommt auf das Album und das kommt in die Poptonne. Ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt damit so geht, aber ich finde, hier wird eine Wahnsinnserwartungshaltung jetzt aufgebaut, was dieses neue Album angeht. Ich bin total gespannt. Wir spielen ja eine Mixtour, wir spielen ja nicht nur das neue Album. Also wir können auch nur das neue Album spielen, wenn ihr möchtet, aber okay. Das sind die Berliner Flugzeuge, die ein bisschen Krach machen. Scheiße. Das war's. Zucker. Muss ich gleich nochmal ins Internet gucken, wie die Akkorde gehen. Ein bisschen Zeit habt ihr noch? Ja. Dann macht das mal. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg mit dem neuen Album. Danke, meine Lieben. Ich habe mich gefreut, euch wiederzusehen. Viel Spaß. Viel Spaß bei Miene, Leute. Bis nachher. Bis nachher.